Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler verlässt den Bundesliga-Absteiger Hannover 96 und wechselt nach Australien. Der 32-Jährige wird künftig für die Western-Sydney-Wanderers spielen, die vom deutschen 96er-Europameister Markus Babel trainiert werden. Bildergalerie fixe Sommertransfers der Bundesliga-Saison 2019-2040 Stillbilder Schwegler erfüllt sich Lebenstraum, für mich geht ein Lebenstraum in Erfüllung, sagte Schwegler. Hannover hatte den Schweizer 2017 von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Schwegler bestritt in seiner Karriere 14 Länderspiele für die Schweiz. In der Bundesliga lief er für Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim und Hannover insgesamt 261 Mal auf. Punkt. Jetzt das aktuelle Trikot von Hannover 96 bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige Let's Block Ads. Punkt. Jetzt das aktuelle Trikot von Hannover 96 bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige Let's Block Ads.